Okay, jetzt muss ich noch aufs Glas warten und muss ich das noch alles beschichten. Teich muss ich noch fertig machen, um noch so viel zu machen. Oh, wer klingelt denn da? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, jetzt wird der Raptor jetzt schon geliefert. Oh nein! Das war jetzt schon die Raptor-Lieferung, sondern noch so einen großen. Das passt doch gar nicht rein, das ist doch gar nicht fertig. Oh Mann! Da wird der Raptor jetzt schon geliefert. In Österreich. Was ist denn hier drin? Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Vielen Dank.